Aufgabe 1.1, es soll eine Konkurrenzanalyse durchgeführt werden und dabei auch ein Benchmarking erstellt werden. Insgesamt gibt es für die Aufgabe sieben Punkte und wir sind bei der ersten Teilaufgabe 1.1.1, Erklärung von zwei Zielen, die mit dem Benchmarking erreicht werden sollen. So und auch hier würde ich euch vorschlagen, damit wir nicht zu viel Zeit in dem Video verlieren, machen wir es immer so, dass ich kurz, andere als Pause, ihr drückt auf Pause, überlegt euch selber, was ihr damit anfangen könnt und spult das Video dann danach ab, um die Ergebnisse, um die möglichen Ergebnisse zu sehen. Also, Pause, weiter. Okay, also Ergebnisse, was könnte das sein? Was könnten diese zwei Ziele sein? Naja, beispielsweise Lernen von dem Besten, Übertragung der Erfolgskonzepte anderer Unternehmen auf das eigene Unternehmen. Unternehmen. Also, was machen andere schon gut? B. Durch Identifizierung der Stärken und Schwächen im Unternehmen soll identifiziert werden, an welchen Stellen Verbesserungspotenzial liegt. C. Durch Benchmarking werden mit einem Vergleich der besten Mitbewerber Stärken und Schwächen im eigenen Unternehmen sichtbar. C. Und ich glaube, ich habe noch einen. Durch das Benchmarking wird eine klare Abgrenzung zu den anderen Unternehmen ermöglicht und das kann die Wettbewerbsposition dann stärken, wenn wir uns darüber im Klaren sind. C. Und damit sind die ersten Punkte im Sack 2, davon hätten völlig gereicht. Einen habe ich noch. Letztlich sollen durch das Benchmarking Verbesserungen für das Produktprogramm erzielt werden. C. Aufgabe 1.1.2. Beschreiben Sie in der Reihenfolge nach fünf wichtige Stritte im Ablauf zum Benchmarking. C. Ja, und auch hier wieder kurz auf Pause, immer am besten direkt, nachdem die Frage kommt, ich mache direkt weiter. C. Was könnte das sein? Beispielsweise würden wir damit anfangen, zunächst mal uns zu überlegen, welche Produkte sollen denn überhaupt einzeln betrachtet werden und für welche Produkte soll das Benchmark dann gemacht werden. B wäre, nach welchen Kriterien sollen denn die Benchmark-Objekte dann ausgewählt werden. C. Die Auswahl von Vergleichsunternehmen, also mit welchen Vergleichsunternehmen möchten wir dann denn das Benchmark testen. D. Gewinnung der Vergleichsdaten, also wollen wir Primärforschung benutzen, um an die Daten zu kommen, eher Sekundärforschung, vielleicht ein Mix aus beidem. E. Datenaufbereitung und Gegenüberstellung der gewonnenen Daten. F. Leistungsdefizite ermitteln. G. Ursachen für diese Leistungsdefizite herausfinden. Und H. Maßnahmen gegen diese Ursachen einleiten. Ja, und wie viele Teile haben wir jetzt hier? Drei, sechs, acht, also fünf Stück hätten gereicht in der Reihenfolge. Im Grunde ist es klar, zunächst mal Produkte auswählen, Kriterien auswählen, dann wie kommen wir an die Daten dran, dann die Gegenüberstellung der Daten und dann natürlich Maßnahmen gegen Leistungsdefizite oder eben Leistungsdefizite auch erst herausfinden. Dann sind schon wieder die nächsten Punkte und wir sind bei 1.1.3. Vier Möglichkeiten sollen aufgezeigt werden zur Datengewinnung im Benchmarking. Ja, kurze Pause und weiter geht's. Wir überlegen mal, welche Möglichkeiten zur Datengewinnung, an welche könnt ihr euch denn noch erinnern aus den Videos? Nächste Aufgabe, 2.2.3. Es wurde festgestellt, dass die Fertigung in der Türkei billiger ist. Klammer auf, was zu vermuten war, Klammer zu. Trotzdem wurde beschlossen, die neuen Stoffe im eigenen Unternehmen herzustellen. Überlegen Sie mal, warum das so sein könnte. Und ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele Antworten hier gegeben werden mussten. Ich habe es jetzt hier nicht reingeschrieben. Ich würde einfach mal sagen, eine Antwort wird vermutlich schon ausgereichend gewesen sein. Ich zähle wieder bis 3. Ihr überlegt euch, was hier stehen könnte. 1, 2, 3, vorbei und weiter geht's. Also, welche Begründung könnte es geben? Ja, ad A. Gerade die Stoffe werden natürlich eine ganz besondere Bedeutung haben in unserem Produkt oder für unser Produkt. Zum Beispiel Atmungsaktiv hatte ich hingeschrieben. Das heißt, die Eigenfertigung in unserem Betrieb in Deutschland ist natürlich auch, was die Kontrolle der Qualität angeht, erheblich besser dazu geeignet, als wenn wir das woanders hingeben, wo wir es nicht direkt, sondern nur indirekt, nämlich wenn die Ware kommt, dann nochmal kontrollieren können. Insbesondere beim Fertigungsprozess gibt es hier sicherlich Unterschiede, die man beachten muss. Ich will gar nicht so weit da in die Tiefe gehen. Also, bei Eigenfertigung zu Hause kann die Qualität besser kontrolliert werden. Antwort A. Antwort B. Bei Marketing kann damit geworben werden, dass wir das Zeugs, die Oberteile, komplett in Werk in Deutschland gemacht haben. Und das ist natürlich immer auch ein Verkaufsargument. Also, das ist made in Germany und eben nicht Teilbereiche, sondern komplett, kann durchaus dann auch schon alleine einen höheren Preis rechtfertigen beim Kunden, wenn die auf sowas Wert legen. Und Antwort C. Wenn wir unser Fertigungsverfahren in die Türkei weitergeben, besteht natürlich auch immer so ein gewisses Risiko, eine gewisse Gefahr, dass, es wird offiziell beschrieben, aus dem Verfahren ein ähnliches Herstellungsverfahren entwickelt wird, um es auf Deutsch zu sagen. Die Leute sind nicht blöd und klauen unsere Ideen. Und das gilt nicht nur für die Türkei, sondern das gilt genauso für China und für Indien und und und. Mit anderen Worten, wenn wir wirklich was Neues haben, was andere bis jetzt noch nicht haben, dann müssten wir also sehr gute Gründe schon dafür haben, das überhaupt außer Haus, zum Beispiel in Asien, in der Türkei, in dem Beispiel produzieren zu lassen. Denn ansonsten würden wir riskieren, dass irgendeiner das Verfahren ganz leicht abändert, es dann eben nicht mehr mit dem Patent geschützt wäre und damit eben die Gefahr besteht, dass ein fast baugleiches Produkt, sage ich jetzt mal, also ein Oberteil zum Beispiel, plötzlich von anderen Herstellern kommt, was dann nur noch 20 Prozent von unserem kostet. Also schon ein sehr gefährliches Spiel. Das muss man sich tatsächlich auch mal überlegen, gerade so im Bereich, in Deutschland haben wir halt nun mal die Autoindustrie als eine unserer stärksten Industrien. Und auch da ist man ja sich dieser Gefahren durchaus bewusst, weil eben so viel im Ausland gefertigt wird. Wenn sich die Nachfrage deutlich erhöht und die Kapazität der neuen Maschine überschritten werden, welche internen Möglichkeiten gibt es, um das zu kompensieren? Und hier gab es zwei Punkte für die Lösung. Ja, und auch hier zähle ich wieder bis drei und dann geht es auch direkt los. Eins, zwei und drei. Also, Antworten. Welche Möglichkeiten sind euch eingefallen? Und zwar die internen Möglichkeiten, also keine größere Maschine kaufen oder keine neue, sondern was kann man tun? Naja, das Naheliegendste ist natürlich, länger zu arbeiten. Also mit den Mitarbeitern darüber zu sprechen, ob die Zusatzschichten fahren wollen, wäre das Erste, was mir einfallen würde. Verlängerung der täglichen Arbeitszeiten. B, Umstellung auf zum Beispiel ein Zweischichtsystem. Wir haben ja bis jetzt eine Schicht im Standard von Montags bis Freitags. Sonderschichten in der Fertigung zum Beispiel, dass man auch mal samstags arbeitet, vielleicht mal für ein, zwei Monate, wenn das ausreicht, um hier die Nachfrage zu decken. Wären also drei Möglichkeiten und was wurde gefordert, welche internen gibt es? Ich glaube, zwei sollten aufgeschrieben werden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Für zwei Punkte war das schon alles. Aufgabe drei. Es wurden sieben Geräte insgesamt gekauft und diese sollen regelmäßig gewartet werden. Mindestens alle drei Monate. In der ersten und zweiten Hälfte des Monats können je maximal zwei Geräte gewartet werden. Finden Sie jetzt also zwei Fehler im vorliegenden Wartungsplan für zwei Punkte. Und der Plan war dann wieder in dem, ich nenne ihn immer spaßeshalber Beipackzettel, zu den Aufgaben enthalten. Der war auch noch ein bisschen umfangreich, aber das, was ihr seht, reicht völlig, um die Aufgabe zu lösen. Ich zähle wieder bis drei. Ihr klickt kurz auf Pause und könnt dann in Ruhe überlegen. Eins, zwei, drei. Und das Erste, was mir auffallen würde, wäre natürlich, dass der Wartungsplan für die Webmaschine 7 hier schon klar überschritten ist. Es hieß drei Monate maximal, das wäre bis da. Und bis dann ist nicht gewartet worden, sondern erst im April das erste Mal. Gucken wir uns die Lösung an. Zum einen wurde ein Wartungsintervall von nur zwei Monaten verwendet. Ihr seht das hier, also im Januar wurde gewartet, dann eins, zwei, drei, drei Halbjahre sozusagen nicht mehr. Und dann wieder, also man hat keine drei Monate geplant, sondern zwei. Das zweite wäre der Webautomat 7, würde am 1.4. das erste Mal gewartet. Und das sind vier Monate statt der geforderten drei Monate. Ja, und das waren auch die beiden Fehler, die hier zu berücksichtigen waren. Man müsste also einen neuen Plan dazu aufstellen. Und siehe da, wir sind schon bei Aufgabe 4. Das geht ja richtig schnell. Und erklären Sie das an jeweils einem Beispiel für zwei Punkte. Ich zähle bis drei und ihr macht euch eben Stichpunkte, was euch einfällt. Eins, zwei und drei. Ja, da wäre zum einen zunächst mal die zeitliche Preisdifferenzierung. Konkret Sonderrabatte in der Weihnachtszeit, in der Osterzeit, in der Urlaubszeit und und und. Mengenmäßige Preisdifferenzierung, ist Mengenrabatte, Staffelpreise, also Kauf 3 und Zahl 2 oder sowas beispielsweise. Verwendungsbezogene Preisdifferenzierung, verschiedene Preise für Geschäftskunden oder Privatkunden, Klammer auf, gibt es in aller Regel bei jedem Lieferanten sowieso, Klammer zu. Mit ganz wenigen Ausnahmen, also ich kenne kaum ein Unternehmen, was wirklich nur für die Industrie produziert, jedenfalls im größeren Bereich. Meistens wird ja, oder oft wird ja auch an Privatkunden selber geliefert. Personenbezogene Preisdifferenzierung. Wer ist es denn, den ich da beliefere? Sind es Wiederverkäufer, sind es Fitnessclubs oder Sportvereine? Könnte man hier als Beispiele bringen. Denn da kann es ja durchaus dann auch Sinn machen, wie gesagt, ey, die Clubs und Sportvereine bekommen es grundsätzlich 15-20% günstiger, damit die dann eben auch noch ihr Geld damit als Wiederverkäufer verdienen können. Ich glaube, das war es schon für 5-3. Hier kommt noch was. Räumliche Preisdifferenzierung als weiteres Beispiel. Verschiedene Preise für verschiedene Regionen. Je nach Produkt macht es durchaus Sinn, unterschiedliche Preise in unterschiedlichen Regionen zu haben. Und das ist hier mit räumlicher Preisdifferenzierung gemeint. Sehr viel... Ja, ich möchte Ihnen anschauen, was sich da das gleich mit in der Türkei hacerlo auch aisle in der Küche are.